Zombie Apocalypse Und was soll ich sagen, also der Größteil war wirklich für den Tigres ganz knapp gefolgt vom WAS, waren ja nur diese beiden Fahrzeuge, aber die Mehrheit war wirklich das schöne Auto. Ja und ich habe natürlich die WAS erstmal alle getauscht für drei neue frisch nagelneue aus dem Werk kommende Fahrzeuge und die stehen ab sofort jetzt hier in der Rettungswache drin. Bei den NEFs war ich mir nicht sicher, da habe ich die noch drin gelassen. Vielleicht mache ich da auch mal eine Umfrage, welches Fahrzeug ihr gerne sehen wollt. Entweder das alte NEF, was ich jetzt hier habe oder oder hier das, das, das sage ich mal neue. Das ist sozusagen das NEF passend zum Tigres. Könnt ihr gerne mal mitentscheiden, vielleicht mache ich da wie gesagt demnächst noch eine Umfrage. So, ansonsten sind wir hier erstmal durch. Wo auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden muss, ist in der Feuerwehr Altkirch. Hier ist wirklich weiter nichts passiert. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen umräumen. Aber hier bin ich heute erstmal nicht unterwegs. Ich bin heute nämlich in der Feuerwehr Asbach. Denn hier haben wir heute hohen Besuch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich heute Besuch von der Höhenrettung. Und die sind heute hier, um uns so ein bisschen zu schulen, ein bisschen Sachen zu zeigen, damit wir auch besser mit denen zusammenarbeiten können. Und das wird ab und an mal gemacht, damit man ungefähr Bescheid weiß, wo was auch in seinem Fahrzeug drin ist. Also von der Höhenrettung meine ich. Und dann passt das schon. Ja, dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Gucken wir uns mal ein bisschen das Auto an. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Hier ist alles sonst so weit in Ordnung. Alle Fahrzeuge sind da, stehen gut hier im Gerätehaus. Hier habe ich nicht erstmal was noch zum Ändern. Machen wir erstmal hoch. So, was? Och nee, wir haben... Wieso haben wir denn jetzt einen Einsatz? Das hätte ich noch dazu sagen müssen, Leute. Wir sind natürlich auch einsatzbereit. Wir haben einen neuen Einsatz. Verletzte Personen. Ähm. Okay, verletzte Personen. Am Milchverkauf. In Asbach. Gut, dann fahren wir erstmal raus mit Elef. Wir gucken uns das mal an. Das hätte heute so schön sein können hier, ne? Na, dann machen die Kollegen erstmal weiter. Ich fahre jetzt erstmal raus zum Einsatz. Und dann gucken wir mal, was wir haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Einsatzfahrt, ne? So, der... ...Milchverkauf, der Milchhändler... ...Milchhändler... Der Milchhändler ist hier. So, Polizei ist schon vor Ort. Ähm. Oh, Wasserentnahme. Siehste, muss ich gleich mal mein Auto auftanken? So. Was ist... Wo ist verletzte Person? Niemand zu sehen? Was? Da oben? Auf der Plattform? Das hätte... Das hätte man noch sagen müssen. Okay. Also eine verletzte Person oben auf der... ...auf der Plattform. Auf diesem Gebäude. So. Gut. Dann, ähm... ...holen wir auf jeden Fall erstmal den Rettungsdienst dazu, würde ich sagen. Und danach die DLK. Das ist ja gerade passend hier, ne? Gerade die neuen Tigres... ...in der Rettungswache. Und schon dürfen die ausrücken. So. Achso, ich muss ja... ...ich muss ja nach vorne. Mir war irgendwie so... ...also... ...dass man hinten auch langfallen kann. Aber das ist ja gar nicht so hier. Siehste? Muss ich mir mal merken. Dann fahren wir jetzt erstmal hoch. In Richtung Asbach. Und wir unterstützen die Kollegen... ...bei... ...diesem Einsatz. So. Dann gucken wir mal, welche Ausfahrt wir nehmen. Fahren wir hier lang? Ne, ne? Wir müssen... ...wir müssen die erste nehmen hier, ne? Stimmt. Wir müssen die erste Ausfahrt nehmen. Oh Gott. Also hier... ...erste Ausfahrt am Kreisel... ...und dann erstmal in Richtung Asbach. Jetzt müssen wir richtig sein. Das ist jetzt die Hauptstraße. Genau. Altküch verlassen wir. Und jetzt müsste hier... ...als nächstes Asbach kommen. Bin ich mal gespannt, ob wir ankommen. Oh Gott. Ach, ich seh doch den... ...den Milchhändler da hinten schon. Sind wir doch richtig. Gott sei Dank. Das ist nämlich das einzige Problem. Also man muss wirklich aufpassen beim Tiefest, dass man rechtzeitig bremst. Habt ihr gerade gesehen. Also wenn man das nicht macht, dann... ...fährt man... ...geradeaus... ...irgendwo rein, wo man eigentlich gar nicht hin will. Da muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwo gegenfährt. So. Dann machen wir hier erstmal alles auf. Die sind erstmal da. Dann holen wir als nächstes, würde ich sagen, gleich mal die Höhenrettung. Und dann zu guter Letzt noch die Drehleiter. Das ist nämlich das schöne Fahrzeug. Was wir hier nämlich haben. Und das rückt jetzt aus. Und... ...dann schauen wir mal, wie wir die Person runterkriegen. Ich frage mich bloß, wie die da hochgekommen ist. Und was genau passiert ist. Also runterkommt sie auf jeden Fall nicht selbstständig. Deshalb... ...perfekter Einsatz für die Höhenrettung und für die Drehleiter. Dann können wir hoffentlich gleich gut zusammenarbeiten. Dann können wir uns nämlich auch den Übungseinsatz sparen. Beziehungsweise die Fahrzeugkunde. Dann fahren wir mit dem Fahrzeug jetzt erstmal... ...hier ran. Holen uns die Drehleiter. Und dann werden wir die aufbauen, schätze ich mal. Und dann die Person runterholen. Ich habe aber gerade gesehen, dass man da auch irgendwie... ...mit einer Leiter hochklettern kann. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. So werden wir die auf jeden Fall nicht runterkriegen. Deshalb auch die Höhenrettung mit dabei. Vielleicht machen wir das aber auch mit der Drehleiter. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich mal vor Ort uns anschauen. Wie wir am besten da jetzt gleich vorgehen. Hauptsache wir kriegen die Person da raus. So, ja dann bauen wir uns hier mal auf. So, das müsste jetzt hier reichen. Pass auf. Machen wir hier mal auf. Links und rechts. So. Hier. Hier haben wir ausgefahren. Dann können wir hoch. So, warte mal. Dann muss ich mal ganz kurz, bevor wir jetzt da hoch gehen. Die Liga aus dem Tigres rausholen. Ne? Dass wir die jetzt erstmal montieren. Die können wir nämlich trage montieren. Da muss ich mal ganz kurz was loswerden. Ne? Ich habe vor kurzem irgendwie gesehen in den Nachrichten, dass da irgendwie irgendwo, ich weiß nicht ganz genau, wo das genau war. In irgendeinem Bundesland. War auch so eine Art Einsatz. Da sollte auch irgendwie eine Person befreit werden. Irgendwie von weiter oben mit einer Drehleiter und einer Liege dran. Am, am, am Korb. Und dann ist die Person irgendwie da runter oder rausgefallen. Beziehungsweise ist die Liege irgendwie kaputt gegangen. Was auch immer da passiert ist. Ey, das darf auch immer nicht passieren. Also das ist ja schon ganz schön heftig. Da will man schon helfen. Und dann knallt die volle Möhre erstmal da runter. Aber was jetzt genau passiert ist, das weiß ich leider nicht. Also das, äh. Konnte ich jetzt da nicht weiter rauslesen. Obwohl er hat gesagt, da ist ein Unfall passiert. Mehr weiß ich leider nicht. So, dann. Bringen wir das ganze Spann erstmal nach oben. Ja genau. Das sieht man auch gerade. Daneben ist genau die Leiter. Aber das macht sich ein bisschen schwierig. Das wird auf jeden Fall so nicht funktionieren. Dann werden wir erstmal so hochfahren. Ich weiß nicht, kann ich hier oben? Irgendwas? Ne? Ne, kann ich nicht aktivieren. Ich kann ja mal probieren. Ich bin erstmal ganz oben. Ich kann ja mal probieren, da hoch zu gehen und das aufzumachen. Das muss man alles unten machen, wenn man da eigentlich ist. So. So nämlich. Jetzt haben wir die Leiter. Und jetzt müssen wir nur noch Einstieg auf zu. Ne, das war jetzt der Monitor. Das ist die Liege. So, aber hauptsache wir sind jetzt erstmal da. Jetzt geht's, ne? Ja, gut. Ich dachte ich komme da nicht durch. Wir sind bei der Person. Und wie man jetzt hier sehen kann. Guck mal, das wäre nichts geworden. Das ist viel zu eng. Da hätten wir die auf jeden Fall nicht runterbekommen. Bloß gut, dass die Höhenrettung mit dabei ist. Die unterstützt uns jetzt dabei. Sichern sich ab. Okay, also das funktioniert nicht. Also wir kriegen die Person nicht auf die Liege. Die hat anscheinend so schwere Verletzungen, dass das nicht funktioniert. Also müssen wir auf jeden Fall nochmal weiter nach oben. Wir haben jetzt die Sicherungslein am Leiterkorb dran. Und die Höhenretter werden sich jetzt hier von oben abseilen. Und die Person dann runterbringen. Ich fahre mal noch ein bisschen so nach hinten. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen abknicken. Und dann wird die Person hier gleich von den Kollegen runtergebracht. Ich frage mich dann wirklich, was sie da oben macht, ne? Das sieht aus wie so eine Privatperson, die gar nicht hierher gehört. Irgendwie macht das alles gar keinen Sinn. Aber das wird jetzt erstmal überprüft. Die Polizei ist ja vor Ort. Gott sei Dank hat das jetzt so schnell funktioniert. Und bloß gut hatten wir jetzt die Leute von der Höhenrettung in der Feuerwehr. Ich glaube, ohne die hätten wir das jetzt auf jeden Fall so schnell nicht hinbekommen. Die haben ja auch die passende Ausrüstung mit dabei. Die wir natürlich jetzt nicht in unseren normalen Fahrzeugen da drin haben. Aber so konnte man das natürlich nochmal üben. Aber als scharfen Einsatz quasi. Und somit ist der Einsatz hiermit abgeschlossen. Und ich hoffe, vielleicht in den nächsten Videos können wir nochmal so ein Fahrzeugkundenvideo machen. Oder Dienstabend, was auch immer. Vielleicht mit den anderen Feuerwehren noch zusammen. Müssen wir mal schauen, was als nächstes noch auf dem Plan steht. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Gut Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr noch mehr Videos davon sehen wollt. Auch gerade mit dem Tigels, mit dem neuen. Das ist natürlich ein schönes Auto. Muss ich dazu aber sagen, das ist privat leider. Könnt ihr euch leider nicht öffentlich kosten. Das Download, wie auch immer. Nur mal am Rande, als ihr jetzt fragen solltet. Gut. Dann sehen wir uns wieder, Leute, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Daumen nach oben drücken. Abonnieren. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Folgt mir gerne auf Twitch. Und ansonsten gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und ja, das war's. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Bis dann. Tsch. Tsch. Tsch.